Hallo Leute, herzlich willkommen auf ZEGAL STANDO GAMING und heute springen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Ich kaufe heute das Zimmer 404. Ja, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall steht hier eine gemütliche Wohnung, in der alles aufgehängt ist. Die Möbel im Stil der 90er sorgen für ein Gefühl der Normalität. Wir schauen doch mal, ob es auch sauber ist. Wir haben es gekauft. Let's go. Vorab schon mal gesagt, es kommt keine weitere Folge von Clothing Simulator. Liegt daran, dass ich das Spiel einfach nicht mehr starten kann, vom Steam her. Also entweder ist das Spiel weg, was ich vermute, weil das Spiel, also die Vollversion wurde ja jetzt veröffentlicht, glaube ich. Die hole ich mir aber nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich das jetzt nicht mehr spielen. Ist natürlich schade. Ich hätte gerne noch ein Video darüber gemacht. Aber es geht leider nicht. Und ja, im Endeffekt kann ich noch 100 Millionen andere Spiele spielen. Ja, ne, also, also es geht nicht. Das kann ich euch sagen. Mal sehen. Mal sehen. So. Moment mal. Dieses Haus ist verflucht, aber wir können den Fluch für dich brechen. Möchtest du mir den gruseligen Zeug spielen? Nee. Ach. Oh mein Gott, was für Chaos. Ja, das kannst du laut sagen. Hm. So. Hä? So, hier ist noch überall Schmutz. Was ist denn hier mit bossiert? So, perfekt. Ich habe keinen Bock auf Rüsselzeug gerade. Deswegen habe ich mal ein Nein gemacht. Aber finde ich geil, dass es da sowas gibt, ne? Also, finde ich eine nice Sache. Dann ist das wahrscheinlich so ein Haus gewesen, oder ein Haus für so... Wie sagt man? Ein Haus für... Was würde ich denn sagen? Ein Haus für Halloween gewesen. Also haben die wahrscheinlich extra dafür gemacht. Hallo, ich will das Brett haben. Das Brett ist einfach gar nicht da anscheinend. Alles klar. Moin Meister. Oh mein Gott, was für ein Gerdes... Achso. Hast du Demenz-OP? Du hast das gerade vorhin schon mal gesagt. Irgendwo ist hier wieder ein Punkt. Irgendwas muss ich hier noch wegmachen. Egal. Wo ist denn hier dreckig, hä? Ach, hier? Ach, hier. Ups. Also... Irgendwas ist hier, was ich wegmachen muss, aber geht nicht. Egal. Wir lassen es einfach so. Ey. So, jetzt. Das machen wir mal hier aus. Hallo. Aus, hab ich gesagt. Gibt's hier irgendwie noch was, was man wegmachen muss. Ey, jetzt ist doch hier schon wieder irgendwas. Oder ist das hier... Oder ist das hier... Ne, ne, hier ist es nicht. Hö. Die Kerze... Die Kerze... Die Kerze ist einfach weg. Moin. Okay, warte mal. Also... Aha. Das konnte ich jetzt entfernen. Aber... Ich kann mir doch nicht dieses scheiß Brett entfernen. Hä? Hm. Bei mei, geht's noch... Hier ist noch ein Zimmer. Gar nicht mehr gesehen. Scheiße, was ist denn hier passiert? Das geht ja so gar nicht. Aha. So, so, so. Hallo, lass mich raus. Bin ich drin und bleiben. So. Hier ist noch irgendwas. Was? Ach so, hab ich schon alles rausgeholt. Ja, aber hier... Der zeigt mir an, dass hier immer noch irgendwas ist zum Wegmachen. Aber... Aber... Boah. Es muss ja dann entweder irgendwo hier drin sein. Ne, hä? Also, er zeigt mir hier an, dass hier irgendwas ist. Ach, da unten. Ich hab's gefunden. Was für ein sauberes Haus. Dort kann man laut sagen, ja. Ich glaube, ich müsste jetzt alles haben, ne? Uh. Sorry, Leute. Ich muss mal kurz gähnen. Machen wir mal hier erstmal wieder die Schränke zu. Ich weiß gar nicht, was für eine Folge das jetzt ist. Also, wie viele Folgen noch auswählen kommen. Weil ich hab ja fast das ganze Spiel durchgespielt. Ich hab die... Beziehungsweise, ich hab die ganze Story schon durchgespielt. Aber... ... die ganzen Häuser ja noch nicht alle gekauft, ne? Okay. Das ist... Boah, meine Stippe. Also, ganz ehrlich, ne. Die muss ich mal ein bisschen schonen. Ja, eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Aber das Video ist jetzt schon wieder zu kurz. Also, wir sind jetzt hier bei sieben Minuten. Ah. Also, ich könnte jetzt auch einfach aufhören, Leute. Aber... Ich will ja schon irgendwie immer die zehn Minuten voll machen. Auch wenn ich jetzt... Also, mein Kanal ist nicht monetarisiert. Aber ich mach mein... Mach trotzdem Videos immer auf zehn Minuten. Weil... Das irgendwie zu wenig ist. Aber wir können jetzt hier nichts mehr machen. Und es ist ja langweilig, wenn wir jetzt irgendwas machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach zur Auktion. Wir haben fünf Minuten nur gebraucht. Geil! Warte, wie viel habe ich dafür bezahlt? 69.000. Okay. Jetzt würde ich Plus machen. 74.000 würde der mir geben. Da fahren wir doch mal ein bisschen auf. Auf 4.000 würde ich sagen. Komm, wir nehmen an. Okay, mehr haben die nicht. Das heißt... Wir nehmen das Angebot an. Let's go. Wir haben es verkauft, Leute. Gerade ausreichend. Lebe dein Leben und schau nicht auf der Seite. Alles klar. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Komm, lade schneller jetzt hier. Wir haben auch schon wieder 11.27 Uhr gerade. Wo ich das Video drehe. Eigentlich drehe ich die Videos ja immer noch später. Eigentlich drehe ich Videos so 13.30 Uhr ungefähr. Da fange ich zumindest an, meinen PC anzumachen. Ich bin ja davor noch nicht zu Hause. Aber wäre mal jetzt frei. Deswegen konnte ich ein bisschen früher wachen. Aber ich penne auch relativ lang. Liegt aber auch eventuell darin, dass man abends länger wach bleibt. Kann, ne? Ja, ist schon geil. Also hat man, wenn man arbeitet, nicht. Bzw. nicht so lange. So. Ah. Jetzt bin ich auch mal wieder zurück. Ich habe übrigens ja jetzt eine externe Festplatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich die ja jetzt geholt. Deswegen kann ich jetzt auch mehrere Spiele installieren. Weil das war so ätzend immer, die Spiele. Also. Ah. Das nächste Haus ist ein Schildkrötenhaus. Das wird unser nächstes Haus. Es gibt auch noch 27 Folgen. Also relativ viele noch, ne? Relativ viele Folgen gibt es noch. Dieses Haus. Boah. Das hat 12 Zimmer. Also dieses Video. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen lange gehen. Aber ich drehe auch das Video dann lange. Weil ich finde. Weil sowas kann man das auch mal machen, ne? Und das hat 20 Räume. Ja gut. Und ich glaube, da werden einige Videos 30 Minuten lang gehen. Aber ich habe mir das fest vorgenommen. Und ich kenne immer diese Leute, die Simulationen anfangen, aber nicht zu Ende spielen. Ich finde das nicht so geil. Deswegen will ich einfach so Simulationen komplett, bis ich nichts mehr machen kann, zu Ende spielen. Und ja. Deswegen. Also. Mache ich das. 27 Folgen. Komm noch mal auf den Hausfripper. Und dann. Gibt es keine weiteren Folgen mehr davon. Also ich glaube, es sind sogar fast mit denen dann 100 oder so. Ja. Leute. Warte mal. Warum ist das hier dreckig? Oh, Moment mal. Ich habe das doch sauber gemacht. Ne, ne, ne. Das geht so nicht. Da muss ich jetzt mal hier kurz gucken. Oh Mann. Mein Auto ist zu breit. Ich komme hier nicht durch. Hä? Egal. 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 Wir lassen das einfach so. Meine geliebte Küche hier. Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like. Habe gut einen Kommentar da. Schaut also, wenn man auf meinem Discord-Tour vorbei ist. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Aktivide-Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und auf den Tag. Haut rein und euer Samlo. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020